Willkommen bei Steinel TV. In der Rubrik Spotlight präsentieren wir euch heute den IAF 3D, ein Bewegungsmelder für den Außenbereich. Mit mir im Studio Marcel Felix. Hallo Marcel. Hi Thomas. Marcel, du bist seit wie vielen Jahren bei der Firma Steinel? Jetzt fast seit sechs Jahren. Und verantwortlich für den Bereich im Süden, im Verkauf? Genau. Und für die Verkaufsleitung in Österreich? Korrekt. Was hast du uns heute hier mitgebracht? Ich habe uns heute mitgebracht den IAF 3D, den tatsächlich einzigen Bewegungsmelder für den Außenbereich auf intelligenter Hochfrequenz-Technologie. Wir sind die einzigen, die so etwas können. Ja, intelligente Hochfrequenz-Technik kenne ich von unseren Innenleuchten und kommt ja hier jetzt auch zum Einsatz. Was ist das Besondere? Das Besondere an unserem IAF 3D ist, dass er eben nicht auf bewegende Wärme reagiert, so wie man das von Passivinfrarot kennt. Der intelligente Hochfrequenzbereich blendet Luftzüge aus, Luftströme aus, blendet statische Bewegungen wie Bäume und Sträucher aus. Und vor allen Dingen, er blendet genau das aus, was jedes Mal das häufigste Problem ist, die häufigste Fehlschaltung. Katzen, Marder und kleine dicke Dackel. Kleine dicke Dackel, okay. Also Kleintiere werden von dem Sensor nicht erkannt. Ganz genau. Zeig doch mal einmal für uns, wie man diesen Sensor einstellt. Gerne. Das ist zum einen zwar mechanisch möglich, ich würde das ganz gerne allerdings per App zeigen, denn das ist genau das, wie wir unsere Sensoren heutzutage einstellen. Ich öffne dazu einfach nur unsere Smart Remote App, wähle das Produkt aus und gehe dann auf die Schnittstelle Komm 1. So. In dieser Schnittstelle haben wir die Möglichkeit, zum einen die Nachlaufzeit von fünf Sekunden bis einer Stunde einzustellen. Nachlaufzeit bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass die Beleuchtung nach der letzten Bewegung nochmals in diesem Fall für eine Minute 30 anbleibt und dann erlischt. Ich habe zusätzlich die Möglichkeit, einen Dämmerungswert von 2 Lux bis maximal 2.000 Lux, also Tageslichtbetrieb, einzustellen. Ja, Dämmerungseinstellung ist für mich jetzt erst mal so ein Unwort, was genau verbirgt sich dahinter. Vielleicht erklärst du das dem zu sehr. Genau. Wir haben jetzt aktuell 38 Lux eingestellt. Das bedeutet nichts anderes, dass das genau der Schwellwert ist, ab welchem Lichtwert im Endeffekt der Bewegungsmelder auf eine Bewegung reagieren soll. Woher gibt es weitere Möglichkeiten der Einstellung in der App? Ja, und zwar eine ganz besondere. Das ist nämlich die Reichweitenregulierung. Wie üblich bei Steinl passen wir uns immer dem Objekt an mit unseren Sensoren. Und das Besondere beim IHF3D ist, dass ich über drei Achsen die Reichweite des Sensors individuell dem Objekt anpassen kann. Das heißt, wenn mein Gartengrundstück bei fünf Metern endet, dann ziehe ich den Sensor auch auf fünf Meter hoch. Wenn ich links mein Gartengrundstück habe, dann drehe ich den Sensor auch auf die maximalen sieben Meter Reichweite auf. Und wenn ich auf der rechten Seite vom Sensor aus gesehen vielleicht das Nachbargrundstück habe, dann blende ich das Ganze hier mit aus. Okay, das heißt in drei Richtungen einstellbar, super easy alles in der App zu machen. Ganz genau. Und damit ist man wunschlos glücklich sozusagen. So sieht es aus. Okay, dann gibt es das Produkt noch in der KNX-Version. Ist das richtig? Ja. Und wie alle unsere Produkte mit fünf Jahren Garantie. Ganz genau. Okay, danke Marcel. Sehr gerne. Für die kurze Einführung. Vielen Dank fürs Zusehen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal bei Steine TV. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.